Verstopfung kann viele Gründe haben. Dein Darm wird im Laufe des Lebens immer träger. Ann-Kathrin Krämer, Ernährungswissenschaftlerin und Expertin der AOK Hessen, erklärt, wie die Darmtätigkeit wieder angekurbelt werden kann. Viel Spaß! 7 einfache Tipps, wie du deine Darmtätigkeit wieder ins Gleichgewicht bringst. Nummer 1 – Ballaststoffreiche Ernährung Eine ballaststoffreiche Ernährung erhöht das Stuhlvolumen, sodass der Stuhl leichter durch das Verdauungssystem transportiert werden kann. Bevorzugt sind hier Lebensmittel, die einen hohen Ballaststoffanteil haben. Das sind Vollkornprodukte, Gemüse, Obst oder auch Trockenobst. 2. Immer genügend trinken Du solltest natürlich auch genug Wasser oder ungesüßten Tee zu dir nehmen. Denn auch das Wasser ist in der Lage, die Konsistenz des Stuhls zu verbessern und so einer Verstopfung vorzubeugen. Nummer 3 – Routine Gastrokolischer Reflex Du musst eine Routine schaffen und regelmäßig essen. Am besten nimmst du dir morgens für das Frühstück ausreichend Zeit und planst es fest in deinen Tagesablauf ein. Denn ungefähr eine halbe Stunde nach dem Essen setzt der sogenannte gastrokolische Reflex ein. Vereinfacht ausgedrückt werden durch die Nahrungsaufnahme Kontraktionen im Dickdarm ausgelöst, die schließlich zur Darmentleerung führen können. Nummer 4 – Sofort auf die Toilette gehen Gehe sofort auf Toilette, sobald du das Bedürfnis verspürst. Denn das Unterdrücken kann zur Verstopfung führen. Nummer 5 – Den Bauch massieren Die Darmtätigkeit kannst du durch eine gezielte Massage anregen. Aufgrund der Lage des Dickdarmes solltest du immer im Uhrzeigersinn massieren. Am besten legst du dich dabei hin und winkelst deine Beine an. Nummer 6 – Bewegung Da Verstopfung auch durch einen Bewegungsmangel ausgelöst werden kann, solltest du, wenn möglich, dich möglichst häufig bewegen. Baue Bewegung in deinen Alltag ein. Mache in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang oder lass das Auto einfach mal stehen. Und Nummer 7 – Olivenöl Als Hausmittel gegen Verstopfung gilt Olivenöl. Das Öl stärkt den Gallenfluss und erleichtert somit den Verdauungsprozess. Drei Esslöffel täglich, zum Beispiel im Salatdressing oder als Dip, gelten als verdauungsfördernd. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like da oder teile es mit deinem Bekannten. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und danken dir fürs Einschalten. Alles Gute! 맛있 gl correspondence. Alles Gute! Vielen Dank.